hallo und herzlich willkommen zu einem neuen unboxing video hier bei abenteuer brettspiele diesmal mit einer neuheit von matago nämlich kyoto no oniko ein wirklich interessantes spiel mit anime bzw manga grafik was auch in diesem setting spielt und mit euch gemeinsam möchte ich mal in die box schauen was hier alles drin ist machen wir mal den deckel auf der schon echt schön aussieht wie ich finde und ja wir spielen quasi katzen in kyoto die versuchen bestimmte missionen zu erfüllen die stadt erweitert sich dann auch immer wieder wir haben hier die französischen regeln die leg mal weg und wir haben die englischen regeln da schauen wir mal rein gibt es auch erst mal nur auf englisch und auf deutsch auf englisch und französisch noch nicht auf deutsch wir haben die komponenten sieht man auch schon wir haben ein doppelseitiges spielbrett wir haben missionen wir haben tokens verschiedenste art wir können mit dem fahrrad oder fahren leute mit dem fahrrad durch die stadt wir haben gegner und wir haben natürlich für jeden spieler eine katze ein nachbarschaftsbrett das ist das spieler tableau wahrscheinlich was wir noch erweitern können und verschiedene weitere sachen und dann steht ja auch dann wie man das aufbaut wie die einzelnen elemente sind wie die missionskarten design sind und dann sieht man hier also ein standard aufbau mit spieler tableau mit der stadt wo wir dann unsere eigene nachbarschaft quasi dran liegen haben auch ganz witzig mit dem missionen und wie das dann abläuft ist aber insgesamt jetzt kein wahnsinnig komplexes spiel das sieht man auch daran dass hier quasi die einzelnen elemente erklärt werden mit vielen vielen bildern gar nicht so viel text und dann sind wir hier schon spielende und ein paar spiel varianten noch und im endeffekt hier haben eine hall of fame mal bestimmte siege erreichen gut das muss ich jetzt nicht unbedingt haben gut dann haben wir hier französische übersicht der spiele hier haben wir die auch französisch dann nehme ich mal an auch französisch szenario 6 niveau dann kommen wir hier auf das englischsprachige hier haben wir auch das missions-szenario booklets gibt halt verschiedene szenarien die wir spielen können die dann unterschiedlich aufgebaut sind ja das school girl oder territory wars oder newcomers the present also verschiedene szenarien die unterschiedlich voraussetzung hier noch mal dass die regel übersicht auf englisch wie gesagt viel mehr als hier drauf steht ist es eigentlich fast gar nicht und dann haben wir spielmaterial und das sieht doch schon mal sehr schick aus wir haben hier quasi ein spieler tableau mit unserer katze und das wird dann rangelegt das ist der rechte teil von spieler tableau wir haben eine kiste zusammenstecken können ja verschiedene marker und der erste first player token interessant ich weiß nicht die rückseite irgendwie anders von dem spieler tableau jetzt haben wir hier auf jeden fall diverse marker und vor allem tieren aber auch katzen gegner hunde ist auch dabei ja sehr schön hunde fahrradfahrer weitere kisten für die einzelnen spieler und ihre materialien wahrscheinlich hier ein weiteres spieler tableau er sieht schon echt also für anime bzw manga fans wirklich schon mal optisch finde ich jetzt genuss bin es steckt nicht so tief drin aber ich finde es sieht echt toll aus schauen wir uns gleich die stadt an ja mal die nachbarschaften schauen wir uns die mal an genau das ist von so einem spieler quasi die nachbarschaft mit dem haus wo wir starten quasi wahrscheinlich plus dann erste räume durch die wir uns bewegen können um dann zum hauptspielbrett zu kommen das gibt es auch für jeden spieler auch hier das war wahrscheinlich für das szenario schoolgirls oder so auch hier hunde auch sehr schön niedlich ja ja also was für katzen die papa aber auch drumherum liebhaber wir haben eine mission sport glaube wo die missionen drauf liegen und dann haben wir das zentrale spielbrett und das ist wirklich nicht groß und hier liegen ja die nachbarschaften dran das macht es halt ein bisschen größer und hier ist halt quasi kyoto in der wir unterwegs sind in der stadt gefahren die fahrradfahrer wahrscheinlich haben wir dann noch mal eine asymmetrische aufbau ist glaube die rückseite dass das halt nicht das symmetrisch wie man so schön sehen kann und das ist dann der asymmetrische teil das ist halt nicht für jeden spieler gleiches wie der stadtteil da ist dann haben wir hier mission missionskarten kommen diese kleinen umschläge rein also rein vom design her wirklich sehr schön gestaltet so eine kleine briefumschläge für missionskarten wow ok wir haben farbige spielfiguren na komm raus das ist ja mal schick also das finde ich ja wirklich niedlich das alles ist wirklich mal qualitativ so aus gummiartigen sachen aber sehr schön farbig also das ist doch mal qualitativ was besonderes hat man auch nicht immer ja standys für bestimmte figuren hier haben wir diverse cubes noch und wir haben hier würfel die bestimmte aktionen zeigen für bestimmte dinge benutzt werden und wir haben natürlich noch karten und die karten die schauen wir uns gleich mal an ja da haben wir drei arten von karten und damit zum einen die bike karten also die fahrradfahrer karten die einfach zeigen wahrscheinlich wie weit sich die fahrradfahrer bewegen was auch immer das dann im spiel bedeutet die uns wahrscheinlich stören uns katzen nehme ich mal an also ein tracker oder der einfach funktioniert dann haben wir ja auch missionskarten würde ich sagen ob das jetzt standard missionskarten sind oder hier moment da steht s4 drauf s5 das könnte für szenarien sein das sind ja verschiedene karten oder unterschiedliche farben sehe ich jetzt gerade noch mal aber das ist für die unterschiedlichen szenarien vielleicht karten sind und dann sieht man auch bestimmte aufträge die man haben muss oder bestimmte dinge die man bekommen muss oder die man haben muss um hier missionen zu erfüllen und das wird hier auch für bestimmte szenarien sein die sind dann halt die auch sehr schön gestalteten aufträge und die standard auftragskarten sind dann halt hier auch dabei das ist schon ganz nice gemacht muss ich sagen gefällt mir ja und dann war das mein blick auf den inhalt von kyoto no neko ich finde es wirklich toll gestaltet es hat leider keinen solo modus jetzt so grundsätzlich vor hause aus aber an sich wirklich mal ein anderes spielen anderes setting was man jetzt so auch nicht hofft hat und material qualität gerade die kleinen katzen aber auch die illustration gefallen mir sehr und ich freue mich sehr drauf kyoto no neko zu spielen und natürlich werde ich darüber berichten über meine erfahrung mit kyoto no neko hier auf meinem youtube kanal also hinterlasst gerne ein abo und schaut mal auf abenteuer-brettspiele.de vorbei in meiner website dort gibt es noch mehr infos rund um viele brettspiele neuere ältere previews toplisten interviews und meinen wöchentlichen podcast das war's für heute und wir sehen uns im nächsten video wieder bis dann